15 Jahre nach dem Serienende soll jetzt tatsächlich die Fortsetzung kommen. Cool! Ich bekomme gerade glänze Haut. Scrubs kehrt zurück. Ich habe die Artikel gar nicht gelesen. Ich habe nur die Überschrift gelesen. Ich freue mich, dass Scrubs nach über 15 Jahren endlich wieder ins TV kommt. Das war eine erfolgreiche Sitcom, oder nicht? Die ganzen Charaktere, die da zu sehen sind, sind ja wirklich sehr schräg, oder? Ich kann mir nicht helfen. Ich habe damals Scrubs auf DVD gehabt. Ich habe die Serie rauf und runter geguckt. Ich habe die Serie geliebt. Wo sind die Scrubs-Fans? Schreibt mir bitte einen Kommentar, wie sehr ihr Scrubs geliebt habt. Es gibt bestimmt noch sehr viele Scrubs-Fans da draußen. Das war ein relativ schräges Update-Video. Ich kann mir nicht helfen. Ich freue mich wie verrückt. Ich habe richtig Gänsehaut. Hier, falls ihr mir nicht glaubt, da seht ihr meine Gänsehaut. Scrubs kehrt zurück. Ich freue mich und habe Gänsehaut. Ob es sich dabei um ein Reboot oder eine zehnte Staffel handelt, ist aktuell nicht bekannt. Roland zufolge müsse er und sein Team in den kommenden sechs Monaten erstmal selbst herausfinden, wie genau sie Scrubs zurückbringen wollen. Was gibt es zu Scrubs noch zu sagen? Außer, dass ich gespannt bin, wie sich die ganze Sache entwickelt. Ich würde mir die neue Serie reinziehen, weil ich damals Scrubs echt geliebt habe. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit.